Es gibt Vintage-Weddings, es gibt Green-Weddings, Destination-Weddings, alles ganz Englisch und ich glaube, wir haben den neuen Trend für ab sofort und immer und ewig. Wir möchten gerne ehrliche Hochzeiten machen. Weil ja, es ist doch der Tag ihrer grossen, echten und ehrlichen Liebe und irgendwie passt doch das ganze Fake und die ganze Show, die passt doch da irgendwie gar nicht dazu. Oder doch? Also auf jeden Fall würden wir gerne mit Ihnen eine ganze ehrliche, wahre Hochzeit planen. Eine authentische, die Ihren Gefühlen und all Ihrem Wesen entspricht. Und da sind wir wirklich ganz, ganz richtig, weil das andere, ja das können wir nicht so gut, da schlägt einfach irgendwie unser grosses Herz am richtigen Fleck. Und ich hoffe, dass der Fleck für Sie stimmt und ja, ich freue mich auf alle ehrlichen Hochzeiten. Ab jetzt und für immer. Bis bald.